So, wir sind zurück bei der Crew Beta. Wir haben in der ersten Folge uns noch in die Gruppe einladen. Hoi Michi. Aber wir haben jetzt vorhin vernommen, es ist ein Problem mit dem Server auftreten, wo momentan die Spieler nicht angezeigt werden. Und deshalb spielen wir einfach mal eine Lige noch weiter. Vielleicht klappt es irgendwann. Und ja, das sehen wir dann. Ich kann jetzt hier noch schnell das Landmark aufdecken. Das sind sogenannte, ja, ich sage es mal. Glück gesagt, Sehenswürdigkeiten. Wo man drüber fahren kann. Dann kann man glaube es... Kannst du über Sehenswürdigkeiten fahren? Nein, über den Punkt am Boden. Dann kann man dort beitreten. Dann wird ein bisschen... Ja, ich habe das Zeug gezeigt, wo... Linksum. Und eine kleine Info. So, dass man etwas lernt. Ich habe eine Hütte wieder. Ach schon, ich bin ein Obis. Ich bin ein Obis. Kann man es schnell machen. Cool. Schön. So, und ich gehe jetzt mal... Oder mit mir gehen weiter. Eigentlich wäre der Michi gerade top, wie ihr seht. Nein, ich bin weggefahren. Aber es geht nicht. Sorry. Jetzt, was ist eigentlich jetzt unser Ziel? Was müssen wir machen? Ähm, wir müssen da hoch an das Rennengaleporteil nehmen. Ich bin jetzt schon dort oben. Ich warte in diesem Kreis. Ich starte noch nicht. Ich starte gleichzeitig. Ja, weil eventuell kann man dort... Beim Rennen kann es, glaube ich, auch ausfallen, ob es Coop spielen wird. Ja, Coop oder so. In der Umgebung. Ich fahre die jetzt gerade an. Und da hinten ist es. Ja, jetzt kommen wir irgendwo hin. Hast du das gesehen mit den Sehenswürdigkeiten? Ja, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Warte, da hat es gerade eins. Ja, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Nicht Sehenswürdigkeiten gesehen. Komm. Ja. Die roten Pfeile auf der Strasse sind Polizisten. Da vorne... Also... Wenn die der Nähe sind, würde ich vielleicht nicht gleich umfallbaren. Da vorne in Chicago. Wie heisst die Brücke Chicago? Oh, keine Ahnung. Da vorne? Nein, wir sind Detroit. Da sind wir? Wir sind Detroit, ja. Ah ja, Detroit. Wo bist du? Bist du da, Hulli? Ich komme, warte. Ich bin am Führerfahren. Welcher Reste hast du jetzt eigentlich? Cameroes. Bumblebee? Bumblebee, ja. Aber noch nicht gelb. Ich müsse ihn mal noch logieren. So, ich wäre jetzt auch da. Und jetzt probieren wir mal Quick Cope. Bist du gut? Ja. Also, drücken wir mal. There are no players in your session. Also, wie ihr seht, bin ich da eigentlich nur... Loot, Spiel, allein auf dem Server. Irgendwie haben sie da wirklich ein bisschen Probleme. Ah ja, bei mir liegt es nicht an uns, sondern... Ja. Also, ich habe gestartet, Hulli. Ja, ich auch. Win the race! Okay, ready for this? Please. No showboating. You've got to finish in first place. Wo ist Tuning treffen denn? Was ich jetzt feststellen musste ist, wenn wir schnell den Fort Cope aus RSK Probe fahren, oder? Ja. Und ähm... Und ähm... Für den Start... Die hinteren Rädchen... So ausgesehen, als wäre es ein Antriebsrädchen. Die haben voll durchgetreten. Ja! Normalerweise ist ja das ein Frontantrieb. Von daher... Ja, mal schauen, ob es wirklich so super ist. Irgendwie dann runter... Ja, das war aber nicht fertig. Ab dem ich das nicht hier habe. Aber das war nicht für uns dort. Inne auf der Kreuzung... Wir hatten gerade inni was da... Ja, logisch nicht... Mir arbeiten ja für den Bullen. Was wollen sie von uns? Weisst du weisst, anders machen wir, dann müssen wir uns auch jagen, wir dürfen nicht ausfallen. Stell dir mal vor, wie die Verdachtschöpfel ein neues Bull einfach immer ignorieren. Ja, das geht heutzutage! Ich kenne es von früher nicht, weisst du. Können wir da mal ein wenig gut sein? Ja, ich habe gerade 8 Sekunden Vorsprung. Bäh! Nein, die Handbremse ist nicht so geschickig. Er ist einfach gerade hier und da oben. Und was ich cool finde, ist, dass wirklich Leute auf der Strasse herumlaufen. Das macht das Ganze halt ein wenig lebendiger. Das ist halt wirklich in einer Stadt. Ja, das ist ziemlich lebendig gemacht. So, gut. So, gut. 10 Sekunden Vorsprung. Was hast du gehabt? Haha, nur Bronze wieder. Bronze, hast du Gold? Ja. Ja? Was soll das? Was soll das? Ich weiß nicht. Du solltest. Der Name ist Troy. Ich bin der V2. Ich bin der V2. Ich bin der V2. Du willst dein 510-Ink? Ich habe etwas Arbeit in der Weg. Vielleicht, ich kenne dich. Vielleicht, ich kenne dich. Noch nicht. Du musst deinen V2. Voll auf diesen. Oh, jetzt haben wir hier ein paar Aufträge. Ah, ja. Billen machen wir. Ja, wir können beide nochmal Branche. Ich könnte da ein... Watch the paint! Watch the paint, ja. Das ist der Waypoint. Ich glaube wir fahren damals zu diesem Zeugs, he? Oh ja. Und vor allem mit dem Anfang nicht einfach immer nur selber heruntergumpeln, weil das ist nicht so. Das ist ja im Spielen so, wenn du etwas frei und dich entdeckt hast, kannst du nach der Beliebung heruntergumpeln. Egal von wo, du musst gar nicht mehr herunterfahren. Wenn du vorst, verdienst du gerade auch noch etwas, oder? Oh, da hat es gerade geklappt. Drive fast on the road. Dann geben wir noch mal Gutschen. Es läuft in den Haaren, mir läuft momentan 233. Was? Wie viel? Hä? Mir läuft nur 237. 237? Ja. Ah, ich habe ein metrisches System drin. Ich mache nichts mehr damit. Ich mache nichts, wo ich zähle. Ähm, Start muss man drücken. Dann kann ich vielleicht ohnehin aufs Zahnrad. Ich warte dann zum Start auf dich. Du sagst du schon so weit bist? Ja. Gut, gestartet. Ja, ich starte jetzt. Ah, das ist mit dem DB9. Das habe ich gestern gemacht. Der ist geil zum Fahrrad. Und Troy sein Auto müssen wir hier in die Wanne liefern. Und ich finde das auch recht cool, diese kleine Zwischensequenzen, wo du halt wirklich umsteigst, das andere Auto einsteigst. Ja, am Anfang ist das noch lustig. Ja, irgendwann schon aber gleich. Es ist nicht so, dass du einfach gleich in das andere Auto springst und du weisst nicht wie wo war's. Es ist einfach... Gut gemacht heute. Die Grafik ist nicht gerade top. Aber ich meine, das Spiel ist riesig. Ja, es sieht gut aus. Ja, da muss ich noch mal rein kommen. Willst du mich verarschen? Mit mir ein wenig aufs Fahrrad drauf fallen? Ja. 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 Das ist ein... Aber nein, das ist... Ein riesiger Kastenwagen. Ich bin nicht mehr überholt, dann muss ich natürlich gleich rechts... abdügen. Hey, ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Das ist's. Das funktioniert... Wir sind ein wenig in der Abhöhung. Ich bin falsch gefahren. Das ist jetzt kurz gefahren. Ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Hmm, das ist er, aber... So, jetzt sind wir wieder zurück. Ja. Jetzt, Michi, hast du geschafft? Ja, ja. Ja. Schau, die Stadt vorne. Ich würde sonst gerne fix machen. Das ist unter rechts. Fix, ja ist gut. Set. Äh. Schau. Was man auch kann. Wie? Hast du, ich habe 5 Kilometer. Ja, 5 bis 7. Was man auch kann, ist, wenn man es einmal entdeckt, kann man die Herausforderung starten von weit weg. Hast du das gemacht? Nein. Oh, jetzt müssen wir die Tür fahren. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bzwäck. Schade. Schade. Knapp, nicht gelangen. Subgold. Ich habe Silber. Was ich eigentlich komisch finde ist, dass es jetzt immer durch den Laden, sobald man das Teil nicht da hat, weil in der ersten Beta war das eigentlich nicht. Das ist immer gleich schön weiterfahren. Ja? Ja. Die Vornehmung auf dem Weg. Ich hab noch mal das Hemd zu bekommen. Ich hab noch mal gelogen. Mexikantown. Ich weiss ja nicht, ob man ihnen etwas als Belohnung bekommt, wenn man alles aufgedeckt hat. Also weiss zum Beispiel, wo jetzt Detroit den ganzen Fortschritt gemacht hat mit Aufdecken, allen Events, sonst Sachen. Geil, aber wenn der Physik... Oh nein! Eifplanken! Davon haben sie gleich noch mal nicht. Ich will den halt mal nochmal an. Was haben wir denn da? Steel Forge Plant. Hm, dann habe ich es einfach so ein bisschen in der Steinsach. Und jetzt schaltet da sogar die Lichter ein. In der Nacht. Geh jetzt runter. Halt rein. Oh nein! Mich infoss gefällt der 370 Zets viel besser als den man vorhin zum Fahren hat. Gitsch Essen! Nein, nein, nicht essen. Vorhin zuerst einen ganzer Halt. Aha, ja, ja. Also ich wäre so weit. Start mal. Ja. Ah, nicht gut. Ich werde leider nötig, ich habe es auch probiert. Solloh! Gerard Rates. Was hat er denn an Skyline? Racksrennen. Ja, das geht. Jetzt fällt mir gar nicht. Ich schreibe wieder auf uns. Soll es aussehen, ist das die Skyline im Dirtspec? Er sagt sogar gar nicht. Aber ich finde den voll nicht so cool. Dirtspec. Ich komme jetzt hier recht gut. Ah! Ich werde mit etwas abdrücken, was man umfahren kann. Ah, jetzt überhaupt nicht ein anderes. Ich werde einen reiten Unfall tun. Ah, super, ich hätte jetzt einen abdrücken können. Da gibt es einen Charme. Ich glaube, das war jetzt nicht der richtige Weg. Aber ja, ich bin gut aufgefahren. Ich bin einfach auf dem Gleis oben herumgefahren. Ich habe noch gewonnen gegen das Schlusse. Schön überholt. Ich bin auf dem Zug oder auf dem Gleis gefahren, nachher runtergekommen vom Checkpoint. Das ist gut oder schlecht gewesen? Das ist gut, es hat etwa 30 Sekunden gebracht. Silber, was hast du gehabt? Ich habe das Gefühl, am Anfang ist es einfach, wo wir recht gut fahren, damit man Gold bekommt, weil das Auto noch nicht so super ist. Ah, das ist es. wie wir heute noch einen Modeln gebrannt haben. Also macht's kurz einbrecht. Blêtecht wohl einbrecht, was nochmal ein향ige etwas. W cual, das war es okay. decimal�� Assim. L 때문에, Vocês zumachen medical ist irgendwie nur gucke. Na gut, dann fahr mal da hin. Wie klingt das eigentlich? Geil! Geil! Drei ure Ausbüffe hinten aus! Geil! Kommt das Laufkino so? Äh... Jetzt bin ich gerade auf einer langen Strick. Schauen! 300... Da... 2... also 2.20 Glocke. Jetzt muss ich nicht runter bremsen. Jemina ist in einem... Er läuft in einem fast nichts. Aber wie gesagt, vom Fahrwalter finde ich ihn besser als der Maske. Du weisst ja, was er sich sparen will. Fokus! Fokus, genau. Wie kostet der? Der kostet glaube ich so etwas um die 20... 25, 30, um das rum. Ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Hauptsache jetzt sehe ich andere Leute, Michi. Wie einstens. Jetzt lade ich dich nochmal ein. Ich habe dich eingeladen. Halt genug. Das geht aber nicht. Ich sehe jetzt die andere Leute ringsherum. Vielleicht können wir es jetzt in Code probieren. Okay, das müssen wir nachher nochmal machen. Das war nicht gut. Forte, there are no players in your session. Also ich... Siehst du auch ein paar Leute ringsherum? Nein! Ich sehe niemand. Ich sehe FunnyCatJay. Der Stig63. Ich sehe nur dich. Auch hier in meiner Liste. Oh, ich habe die Farmer gefunden. Querfeld 1. Also ich mache... Warte, ich bin gerade so weit. Es geht ja rein. Es geht nicht. Also bei mir geht jetzt QuickCope. Jetzt heisst es Einladung versendet. Mir geht es nicht. Und jetzt sucht nach Spielern. Mir geht es nicht. Ja dann... ...tun wir es nachher nochmal probieren. Dann stehe ich doch mal wegen dem Firewall schauen. Vielleicht liegt es wirklich an dem. Ist es gestartet? Soll ich? Ja, ist schon gut. Sollte sie nachdem? Bei dir ist sie jetzt auch plötzlich gegangen. Ist das ich meine? Ja, nein. Vorher ist sie bei dir auch nicht gegangen. Nein, das hat niemand auch genommen. Der QuickCope. Hä? Der QuickCope hat niemand auch genommen. Ich muss jetzt auch alleine fahren. Ja, ich sehe ihn. So, jetzt ist Takedowner. Mit dem geht abschiessen. Ja. Bin dann gerade so weit. Schauen wir, wie lange das ich habe für den. Ja. 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 Höfe zufe! Nein Baum. Das ist gar nicht gut gewesen. Der Baum. Gar nicht. Ich habe fast gehört, aber ich kann nicht schütteln. Du bist ja einfach so frei. Das hat mich zweimal, einmal überkehrt. Oh, ah, ja, genau. Ich kann mich sogar noch aufsteigen. Und? Also, Huwe an meiner Feier wohl sicher nicht. Sonst hätte ich ja gestern auch nicht einen Quick Corp suchen können. Okay, sonst darfst du einfach selber ein bisschen... ...belastet. Ja, aber nein, das gibt es doch nicht. Weisst du, was ich meine? Ja. Warte, sind doch checkt und denke, schade. A little busy here, Troy. Nichtro, er hat noch 7 HP. Nein, Michael, es ist peinlich, was da jetzt gerade passiert. Auge. Jetzt sehe ich andere Spiele, Huwe. Nein, aber das gibt es doch mehr. Ich probiere mich noch einmal aufzunehmen. Ja, ich habe den vier anderen ja nicht gesehen. Äh, warte schnell. Mal gehen weiter. Mal gehen weiter. Ah, wisst ihr was? Ich fange da neu an. Das kann ich gar nicht sehen. Mal gehen weiter. Das haben wir ja gesehen. Mal gehen weiter. Was ist das? Hots oughta' hurry. Hots oughta' hurry. This kind of job is best not to stick around. You feel me? Have you driven Ray before? Not for a while. Are we afraid to throw around, hit the bumps, push her? This ride can take it. Now bust that fool up. The car was a problem. It's a problem. It's a problem. I'm starting to start again. There's nothing wrong here. There's nothing wrong here. It is so bad. You just start again. Just start again. Ich kann ihn einfach mal starten. Das Auto wirbelt hier am Ende, nichts Schöneres. Flügel landet auch wieder. Da kann man jetzt wirklich gerade spielen gesehen, K. Hugen. Ich bin in der Flügel, ich bin in der Flügel, ich bin in der Flügel. Hey, das ist doch mühsam. Mich schaukelt es da so hin und her. Jetzt kommt wieder der Arno. Ich bin in der Flügel. Hm. Ich glaube, ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Wieso? Du schaffst das Rennen nicht. Du schaffst das Rennen nicht, ja. Ich hoffe, ich gehe als Nächste, hm? Soll ich mal Fremde treffen? Ja, okay. Du musst mich jetzt gleich wieder am Lagen. Immer noch? Nein, jetzt nicht. Es led jetzt einfach so ab und zu. Okay. Einmal richtig ein Schlag vorne hin. Mit Kater. Ah, sonst ist es nicht fertig, weil jetzt einfach gresig arm sein. Hast du gut? Ja, das sehen wir jetzt nicht. Ooooooh, dein Schmach nur Brosse. Ja, schau du. Oh ja, das ist ein Rennen zum Vergessen. Das ist mir auch schon besser gelungen. Gehen wir lieber mit dem Nissan gefahren, der ist mir sympathischer. TROY's got me running all over the place after him. Good. The more you do, the more he trusts you, the closer you are to your 510 ink. Stay on it. So, jetzt fahren wir noch zur nächsten Herausforderung. Der Michi sieht nicht oben sogar. Back. Stop, da oben. So, fahren wir noch hierher. Sehst du spielen? Äh, bis jetzt gerade nicht, nein. Okay. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Gut, dann komme ich auch noch da hin, sonst probieren wir es noch mal. Und dann haben wir schon gleich wieder Zeit erreicht. Und dann können wir ihn noch. Und dann haben wir schon gleich wieder Zeit erreicht für diese Folge. Ach schon? Hi. Dann machen wir dort oben nachher die Pause. Schade ja zügig du. Parkieren, eh? Ja, parkieren wir dann. Schade, das ist wirklich schade, dass wir uns noch nicht sehen. Ja, das ist verdammt schade. Schade, schade. Also, ich bin da oben. Ja, können wir das noch machen oder nicht? Moment, ich habe da gerade etwas verpasst. Ja, egal. Ich hätte mir etwas reinkommen, aber habe es verpasst. Ja, ich auch. Ich habe es eben nicht gefunden. Jetzt können wir es abbrechen. Obwohl, da hat noch eine Sensibilität. Die nehmen wir schon mit. Was haben wir da? 8 Mile. Hier ist Eminem zuhause. Ja. They're home in a trailer. Was? Was? Wenn es singt, dann bin ich 8 Mile. Ich habe den Film nie ganz gesehen. Ich bin doch nicht so Hip Hop. Das ist nicht deine Sport, oder? Nein, gar nicht. Nein. Das gibt es doch nicht. Jetzt fahre ich hier in so einen Lieferwagen rein. Und dann fängt gerade die Polizei. So. Also, ich habe parkiert. Ich suche mir da auch ein schönes. Mhm, okay. Gerade neben dem Haus sieht es wunderbar aus. Ja, so schöne Häuser sind es jetzt auch nicht. Aber ich gehe da so einen Vorgarten parkieren. So, gut. Dann sehen wir das auch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao zusammen. Bis dann.